Die MDR-Umschau hat am 12.12.2023 eine kurze Reportage mit dem Titel Corona-Impfstoff in der Kritik – Was ist dran? veröffentlicht. Die Sendung wurde bereits vor ein paar Tagen durch Herrn Bakhti angekündigt. Ich war also schon sehr gespannt. Damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dr. Janusz Hegedüsch. Ich bin Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und in meiner Freizeit bekämpfe ich hier auf YouTube Charakterie und Lügen rund um das Thema Gesundheit. Wir sind in einem Privatlabor in Magdeburg. Professorin Brigitte König untersucht hier Corona-Impfstoffe. Das Ergebnis, alle Proben sind verunreinigt. Mit Fremd-DNA, die in dieser Menge nicht in den Impfstoff gehört. Frau Brigitte König dürfte euch bekannt vorkommen, da ich über meinen kurzen Austausch mit ihr vor nur wenigen Wochen berichtete. Sie betreibt ein Privatlabor in Magdeburg und untersucht dort Impfstoffe und auch Proben auf Spike-Proteine. Sie unterstützte unter anderem Herrn Wichert, der Spike-Proteine mit Kellertouren ausleiten möchte. Im Video über diese unwissenschaftliche Methode habe ich euch die Irrtümer und Fehler des Herrn Wichert aufgezählt, aber auch Frau König wurde auch vorgestellt. Ich werde euch das Video verlinken, hier oben und natürlich auch unten in der Beschreibung. Aus meiner Sicht ist das alarmierende Ergebnis, dass alle fünf Chargen erhebliche Fremd-DNA in der Hand drin hatten, die weit über dem Grenzwert liegen. Frau König hat also Fremd-DNA in fünf Chargen des Impfstoffs gefunden. Und dadurch ergeben sich zwei wesentliche Fragen. Ist das wirklich der Fall? Und falls ja, stellt dies ein Problem dar? Der Bericht des MDR liefert leider keine zufriedenstellenden Antworten auf diese Fragen. Deshalb sehe ich mich gezwungen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Üblicherweise werden solche Ergebnisse wie die von Frau König veröffentlicht, doch ich konnte leider nichts dazu finden. Ich habe versucht, das Labor von Frau König anzurufen. Es klingelte, aber es ging niemand ans Telefon. Aber auf meine E-Mail habe ich eine Antwort bekommen. Wir haben die Daten noch nicht publiziert. Ich gehe aber davon aus, dass diese Daten sich nicht für eine Publikation eignen. Sie zeigen keine neue Techniken oder Daten. Es handelt sich um simple Messungen. Es kann jeder Vertreter eines Labors zu uns kommen und die Daten bei uns überprüfen, auch mit eigenen Reagenzien. Wir können auch zu einem anderen Labor fahren und dort die Messungen gemeinsam wiederholen. Bis jetzt zeigte niemand Interesse von 20 angefragten Laboren vom MDR. Wir haben insgesamt 34 Files an dem Impfstoff untersucht. Eine interessante Antwort. Warum genau sollten diese Ergebnisse keine neuen Daten darstellen? Solche Ergebnisse wären normalerweise eine Publikation wert. Und es wundert mich sehr, dass Frau König das anders sieht. Außerdem ist es eine merkwürdige Logik zu sagen, dass jeder herzlich eingeladen ist, sie zu besuchen. Frau König, Sie haben eine Behauptung aufgestellt und tragen daher die Beweislast. Sie hätten ihre Messungen klar und transparent dokumentieren und der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu Diskussionen stellen müssen. Es wäre angebracht, die Zeit ihrer Kollegen zu schätzen und nicht zu erwarten, dass diese ohne triftigen Grund Zeit für Diskussionen opfern. Stellt euch vor, ich würde behaupten, in meinem Keller lebe ein Drache. Ich würde euch weder Filme noch Fotos zeigen, sondern lediglich sagen, kommt vorbei und seht selbst. Würdet ihr wirklich eure Arbeit liegen lassen, zu mir fahren und das Risiko eingehen, dass ich einfach gelogen habe? Wer möchte schon seine Zeit mit Sinnlosigkeiten verschwenden? Ein Aufruf zu gemeinsamen Laboruntersuchungen weckt noch weniger Begeisterung als die Suche nach einem Drachen. Und seien wir mal ehrlich, die würde sogar ein oder zwei Neugierige anlocken. Im Fall von Frau König müsste man jedoch ein Team, Equipment sowie viel Zeit und Geld investieren, um sich mit einer Behauptung auseinanderzusetzen, die wenig glaubwürdig erscheint und keine erkennbare Relevanz besitzt. Warum sollte das jemand tun? Die Tatsache, dass niemand mit Frau König zusammenarbeiten möchte, spricht Bände. Erst publizieren und zeigen, dass die Beschäftigung mit der Theorie die Mühe wert ist. Und wenn jemand von euch denkt, dass ich es falsch sehe und man am besten doch jede Möglichkeit untersuchen sollte, sollten wir dann auch Alex Greens Seilwürmer suchen? Sollten wir uns auch mit Flacherdlern hinsetzen und ernsthaft darüber reden, ob die Erde vielleicht doch flach ist? Und wenn morgen jemand behauptet, dass in zwei Kilometer Tiefe in Sibirien in einer goldenen Kiste die Lösung für alle Probleme der Menschheit begraben ist, fangen wir dann an, gemeinschaftlich zu graben? Der MDR zerstreut jedoch gleich unsere Zweifel bezüglich der Richtigkeit von Frau Königsbefunden. DNA-Fragmente wurden schließlich nicht nur in Deutschland, sondern auch bereits in Amerika gefunden. Um dies zu überlegen, zeigen sie uns auch gleich zwei Studien. Doch enthalten die Impfstoffe tatsächlich Fremd-DNA? Der Vorwurf ist nicht neu. Schon im April 2023 fanden amerikanische Wissenschaftler Fremd-DNA über dem Grenzwert in den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Auch bei dieser Vorabveröffentlichung einer kanadischen Studie von Ende Oktober kommen mehrere Wissenschaftler zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Forscher schreiben, unsere Ergebnisse erweitern die bestehenden Bedenken hinsichtlich der Impfstoffsicherheit. Es gäbe also mehrere Wissenschaftler, die Bedenken geäußert hätten. Wer sind diese Wissenschaftler gewesen? Der Name Kevin McKernon kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich habe mich richtig erinnert. Ich habe diesen Namen schon gehört. Herr McKernon ist großer Befürworter vom sogenannten Frame-Shifting-Problem und behauptet, dass mRNA-Impfungen die DNA verändern würden. Er hat bereits einige Preprints online gestellt und eine von diesen wurde auch elegant zerpflückt, wie man das in diesem Artikel der Teiljahr nachlesen kann. Ich würde gerne nur ein paar Absätze zitieren. Der Artikel stützt sich stark auf ein Preprint, eine noch nicht von Fachkollegen begutachtete Studie der Autoren, McKernon und Kollegen, einer Gruppe von Wissenschaftlern bei Medicinal Genomics, einem Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich der Nukleinsäuresequenzierung anbietet. In dem Preprint behaupten die Autoren, dass sie DNA im Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff und insbesondere eine spezifische Gensequenz, die vom Affenvirus 40, SV40 stammt, nachgewiesen haben. Es ist dieser Befund, der die Grundlage für die Behauptung des Artikels bildet, dass Covid-19-MRNA-Impfstoffe die DNA verändern und das Krebsrisiko erhöhen könnten. Ein wesentliches Problem ist jedoch, dass die getesteten Fläschchen von unbekannter Herkunft waren und die Autoren erklärten, dass die Fläschchen ihnen anonym per Post ohne Kühlpakete zugeschickt wurden, aber ungeöffnet waren. Einfach ausgedrückt ist es fraglich, ob die Fläschchen tatsächlich Covid-19-MRNA-Impfstoffe enthielten und ob der Inhalt intakt war. Der Artikel in die Epoch Times überging diese Tatsache einfach und stellte die Ergebnisse des Preprints als eindeutige Beweise für eine DNA-Kontamination dar, obwohl dies weit davon entfernt ist, sicher zu sein. Herr McKernon wurde auch zu seinem Preprint befragt und die Art und Weise, wie er darauf antwortete, war etwas ungewöhnlich. Wir haben McKernon kontaktiert, um eine Klarstellung zu seiner Behauptung zu erbitten, dass SV40 Promotoren in das menschliche Genom integriert werden könnten. McKernon antwortete nicht auf unsere E-Mail, postete jedoch unsere Mail auf Twitter. In seinem Twitter-Thread behauptete McKernon, wir seien besessen davon, die Bevölkerungszahl zu reduzieren. Er behauptete fälschlicherweise, dass wir behauptet hätten, nur Retroviren könnten in das menschliche Genom integriert werden und zitierte ein Artikel von PNAS als Beweis für seine Behauptung und erklärte, dass, wenn nicht retrovirale mRNA integriert werden kann, dann auch DNA sogar noch einfacher. Der PNAS-Artikel erzeugte Kontroversen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, da andere Wissenschaftler berichteten, sie könnten die Ergebnisse nicht replizieren. McKernon zitierte auch eine Studie aus dem Jahr 1999, die berichtete, dass das Einbeziehen bestimmter Teile des SV40 Promotors auf einem Plasmid die Bewegung des Plasmids in die Kerne von in Zellkultur wachsenden Affennierenzellen verbesserte und zu einer verbesserten Genexpression der Gene auf dem Plasmid führte. Es zeigte jedoch nicht, dass das Plasmid in das Genom der Zellen integriert wurde. Die Studie bietet keine Beweise dafür, dass eine Integration im Kontext der Impfung auftritt. Kurz gesagt enthält McKernons Twitter-Thread keine Antworten auf unsere Fragen. Stattdessen bat er Twitter-Nutzer, unsere Fragen zu beantworten. Im MDR-Bericht werden zwei Artikel von diesem McKernon und Co. als Beweis dafür gezeigt, dass das Problem der DNA-Verunreinigung auch anderen Wissenschaftlern aufgefallen wäre. Sie erwähnten dabei aber nicht, dass diese Wissenschaftler alle Mitarbeiter einer Firma namens Medicinal Genomics sind und sie hauptsächlich damit beschäftigt sind, Hilfe bei der Anzucht von Marihuana und Magic Mushrooms anzubieten. Die Bedenken dieser Forscher dienen im Bericht lediglich dazu, die Behauptungen von Frau König zu stärken und in den Zuschauern den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht alleine mit ihrer Meinung wäre. Weitere Artikelstudien oder Wissenschaftler wurden nicht genannt. Es bleiben uns also das Labor von Frau König und das Labor von Herrn McKernon übrig. Ich habe keine einzige weitere Quelle gefunden, die diese Behauptungen unterstützen würde. Auf allen Seiten, die ich gefunden habe, wird der McKernon-Artikel oder Epoch Times als Quelle angegeben. Ich denke, das hätte die MDR-Redaktion so unkommentiert nicht durchgehen lassen sollen. Wir kommen aber jetzt zu der noch wichtigeren Frage. Wäre es gefährlich, wenn diese Behauptungen stimmen würden? Der Impfstoff enthält sogenannte Lipid-Nanopartikel. Sie schleusen die mRNA in die Zellen. Sie unterscheiden jedoch nicht, ob sie mRNA oder eben DNA transportieren. Könnte die Fremd-DNA dadurch direkt in den Zellkern gelangen? Im Bericht wird erklärt, dass man ja ständig mit Fremd-DNA konfrontiert wird, beispielsweise durch die Nahrung. Die mRNA der Impfstoffe wird aber ja in Lipid-Nanopartikel verpackt und sie würden die mRNA in die Zelle schleusen. Dazu wird eine Animation abgespielt, die Nanopartikel zeigt, die einen DNA-Strang direkt in den Zellkern bringen. Man hört gleichzeitig die Frage, könnte die Fremd-DNA dadurch direkt in den Zellkern gelangen? Das ist faktisch komplett falsch. Lipid-Nanopartikel verschmelzen mit der Zellmembran und lassen mRNA in das Zytoplasma frei. Nicht in den Zellkern, wo sich die DNA befindet, sondern einfach in die Zelle. Die Spike-Herstellung findet auch außerhalb des Zellkerns statt. mRNA und DNA, auch wenn sie in der Zelle drin sind, können sich nicht einfach frei bewegen. Sie können nicht passiv in den Zellkern gelangen. Lipid-Nanopartikel können also keine Fremd-DNA in den Zellkern bringen, liebes MDR-Team. Es ist auch nicht zwingend notwendig, Lipid-Nanopartikel zu verwenden, um genetische Informationen in Zellen einzubringen. Es ist einfacher und für die Impfung praktisch. Aber durch diverse Infektionen können auch unterschiedlichste Substanzen in die Zellen gelangen. Jede Virusinfektion einschließlich einer Corona-Infektion führt dazu, dass Virus-RNA oder Virus-DNA in die Zellen eindringt. Es hängt davon ab, ob das Virus-RNA- oder DNA-Virus ist. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, Viren können tatsächlich Gene beschädigen und verändern. Einige Viren sind sogar bekannt dafür, Krebs auszulösen. Man denke nur an das humane Papillomavirus, HPV oder Hepatitis C. Daher ist es absolut sinnvoll und wichtig, solche Fragen auch im Zusammenhang mit Impfstoffen zu stellen. Allerdings sollte dies auf eine fundierte und sachliche Weise geschehen. Hier bei einer Anhörung im Senat von South Carolina erklärt er mögliche Folgen der DNA. Per Mail schreibt er uns. Im Moment weiß niemand mit Sicherheit, ob die Fremd-DNA Schäden verursacht hat oder verursachen wird. Aber es besteht ganz klar ein begründetes theoretisches Risiko genetischer Schäden an langlebigen Stammzellen. Es besteht ein begründetes theoretisches Risiko. Es besteht auch ein begründetes theoretisches Risiko dafür, dass ich in zwei Sekunden vor dieser Kamera hier und jetzt sterbe. Solche Aussagen sind nichts bedeutend und ich verstehe einfach nicht, was sich die Redakteure dabei gedacht haben. Wir befragen mehrere namhafte deutsche Wissenschaftler zu dieser Befürchtung. Nur wenige beantworten unsere Anfrage. Darunter Professor Emanuel Wieler vom Max-Delbrück-Center für molekulare Medizin, ein von der Bundesregierung finanziertes Institut. Er hält es für extrem unwahrscheinlich, dass die DNA negative Folgen haben könnte. Weiter schreibt er, DNA in Impfstoffen ist kein neues Thema und wird beispielsweise bei einem Grippeimpfstoff auch getestet. Das hat bisher niemanden interessiert, beziehungsweise man vertraut richtigerweise darauf, dass das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde die Prüfarbeit korrekt erledigt. Meines Erachtens zeigt das, dass es hier nicht um DNA in Impfstoffen geht, sondern entweder Impfungen, unsere beste Waffe gegen Infektionskrankheiten, grundsätzlich in Zweifel zu ziehen oder Stimmung zu machen mit dem Thema Corona. Das kann ich so unterschreiben. Sehr erfreulich, dass im Bericht auch mal eine vernünftige Stimme angehört wird. Professor Gerald Dücker, Chemiker an der Ruhr-Universität, hält hingegen negative Folgen für denkbar. Er schreibt uns, Gerald Dücker, den wir zuletzt im Interview mit dem Gebüschmann gesehen haben, wird hier also auch zitiert. Vielleicht kommt der Impfstoff-Experte Attila Hildmann auch noch. Lest mal bitte diese Antwort. Vor dem Hintergrund, dass man unter extremem Zeitdruck stand, ist es vorstellbar, dass der Hersteller entschied, entweder unter Nichtwissen oder Duldung von Aufsichtsbehörden, das Produkt mit den verbliebenen DNA-Verunreinigungen in die Massenverimpfung zu geben. Ist das wirklich ein Zitat wert? Eine aus der Luft gegriffene Konfabulation. Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass sich die zweite Hälfte des Berichts damit auseinandersetzt, ob und warum nicht regelmäßig auf DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen geprüft wird. Allerdings bleibt die grundlegende Frage unbeantwortet. Warum sollten solche Prüfungen überhaupt durchgeführt werden? Erinnern wir uns daran, was angeblich schon alles in den Impfstoffen gefunden wurde? Von Graphenoxid bis hin zu Parasiten und verschiedensten Kristallen. Hobby-Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben bereits allerlei behauptet, sogar bis hin zu den verlorenen Socken des Big Food. Hätte man auf all diese Dinge explizit testen müssen? Was passiert, wenn jemand morgen behauptet, etwas völlig Neues im Impfstoff entdeckt zu haben? Sollen wir dann auch darauf testen? Wie lange sollte es so weitergehen? Die Antwort scheint offensichtlich, solange es diese Impfstoffe gibt. Denn das eigentliche Ziel scheint zu sein, alles daran zu setzen, dass diese Impfungen eingestellt und diese Impfstoffe vom Markt genommen werden. Es ist bedauerlich, dass diese Agenda nun anscheinend auch durch den MDR unterstützt wird. Denn was ist letzten Endes die groß angekündigte Enthüllung gewesen? Wenn es in den Impfungen wirklich DNA-Reste aus der Herstellung gäbe, wofür es keine Evidenz gibt, könnte das vielleicht gefährlich sein. Oder eben nicht. Keine weiß es. Ich muss also nur noch eine Frage stellen, liebes MDR-Team. Warum? Warum? Um, 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 um.